Verbraucherschutz im Quartier ist deshalb so besonders wichtig, weil man direkt vor Ort ist, in der konkreten Problemlage und mit den dort wohnenden Menschen arbeiten kann und mit den Organisationen und Beratern, die sich um diese Menschen kümmern. Wir werden das Ziel wahrscheinlich nie ganz erreichen, aber wichtig ist mir, dass wir irgendwie immer wieder Zwischenergebnisse haben, wo Verbraucher auch sagen können, ja, da fühle ich mich gestärkt, da fühle ich mich beteiligt, da fühle ich mich mitgenommen und da weiß ich, dass ich beispielsweise meine Rechte wahrnehmen kann und nicht betrogen werde. Die wichtigste Stellschraube ist wirklich zu verstehen, wo die Menschen der Schuh am meisten drückt, dass man wirklich individuell auf die Problemlagen eingehen kann, die sehr unterschiedlich sein können bei verschiedenen Gruppen. Das ist der große Vorteil. Man ist direkt im Quartier dabei mit anderen Organisationen, die die Verbraucher auch unterstützen. Das ist der große Vorteil.